Willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video. Wer dieses Format kennt, weiß, dass ich eure Zuschauerfragen unter meinen Videos heraussuche und bestimmte Fragen nehme, die vielen Zuschauern weiterhelfen könnten und daraus ein eigenes Video mache. Falls dich Themen interessieren rund ums E-Commerce und den Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann stell gerne auch direkt deine Frage unter diesem Video oder speziell unter das jeweilige Video. Also abonniere auch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video und bleibst immer up to date. Falls dir dieses Format gefällt, dann gib dem Video natürlich jetzt schon mal einen Daumen nach oben. So erreichen wir, dass dieses Video viele weitere Zuschauer erreicht. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an und die ist echt gut gestellt und könnte für viele interessant sein. Hallo Alex, ich habe eine Frage. Wenn man bei Ebay verkaufen möchte und sich beim Gewerbeamt anmeldet, wird man verpflichtet, einen Steuerberater zu haben? Wie funktioniert das? Danke im Voraus. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe dir bereits kurze Antworten dazu gegeben, in welchem Falle du einen Steuerberater brauchst. In erster Linie super, dass du hier beim Gewerbeamt dich angemeldet hast, denn das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt verkaufen zu dürfen. Als nächstes die Steuerberaterfrage. Man kann es nicht mit Nein beantworten, aber in der Regel brauchst du es erstmal nicht. Denn wenn du nicht gerade direkt mit ganz hohen Umsätzen arbeiten wirst und nicht gerade die Rechtsform Kapitalgesellschaft oder so gewählt hast, dann brauchst du gar keinen Steuerberater separat, denn das kannst du eigentlich auch selber machen. Ich blende euch hier mal einige Informationen ein. Deswegen, man braucht natürlich einige Grundkenntnisse für die Buchführung. Ihr seht es hier, die Rechtsform. Im Einzelunternehmerrechtsform braucht es gar keinen Steuerberater, denn wir brauchen hier keine Gewinn- und Verlustrechnung, wie ihr in der dritten Spalte seht, und keine Bilanz. Denn sobald eine Jahresabschlussbilanz erstellt werden muss, braucht man einen Steuerberater. Wenn ihr das Ganze über das EÜR macht, Einnahmeüberschussrechnung, ist das eine einfache Buchführung, die ihr auch selber machen könnt. Außer ihr schafft es, wie ihr schon sehen könnt hier, über 80.000 Euro Gewinn im Jahr oder 800.000 Euro Umsatz im Jahr drüber hinweg zu kommen. Auch dann braucht ihr einen Steuerberater, der für euch die Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Alle Personengesellschaften brauchen es auch nicht unbedingt, aber ab der Kapitalgesellschaft GmbH, UGAG braucht es definitiv einen Steuerberater, denn der muss für euch eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Jahresabschlussbilanz erstellen. So viel zu dieser Frage. Kommen wir zu der nächsten Frage und die ist ein bisschen grundwissenbasiert. Das heißt, für alle die, die gerade erst Fuß fassen im Online-Handel und verkaufen auf Marktplätzen, könnte diese Frage sehr interessant sein. Frage lautet, ich habe auf eBay einen Artikel verkauft für 20 Euro. Nach Gebühr steht bei mir Umsatz 16 Euro. Was eigentlich nicht sein kann, denn der Umsatz sind immer die Endsummen. Das heißt, dein Umsatz sollte eigentlich auch 20 Euro sein. Okay, nach Gebühr könnte es wirklich 16 Euro sein, denn eBay stellt dir eine Gebührenrechnung. Okay, weiter. Was muss ich in Rechnung schreiben? 20 oder 16 Euro. Und was muss ich bei der EUR angeben? 20 oder 16 Euro. Bleibe ich auf den Gebühren dann sitzen? Okay, gehen wir mal Schritt für Schritt. Den ersten Teil habe ich schon beantwortet. Dein Umsatz sind immer die Endbeträge inklusive der Gebühren und das musst du verstehen. Was muss ich in Rechnung schreiben? Natürlich auch den Endbetrag, die 20 Euro Umsatz. Egal, ob du die Kleinunternehmerregelung anwendest oder nicht, der Endbetrag ist immer die Summe. In dem Falle 20 Euro. Was muss ich bei der EUR angeben? 20 oder 16 Euro. Auch hier musst du verstehen, sind immer die Endbeträge anzugeben. Du kannst das Ganze, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, auch mit Umsatzsteuer kenntlich machen. Aber 20 Euro ist immer der Endbetrag, der Bruttobetrag. Der Nettobetrag ist dann abzüglich der Steuer. In dem Falle hat die Gebühr für dich überhaupt keine Auswirkung für die Rechnungsschreibung. Die Gebühr kriegst du von Ebay separat auf eine Rechnung gestellt. Diese kannst du dann natürlich von deinem Gewinn abziehen. Ich habe hier mal eine kurze EUR für euch als Beispiel, wo ihr sehen könnt, wie das Ganze gemacht werden könnte. Ich werde dazu mal ein umfangreiches Video noch machen, wie die Einnahmeüberschussrechnung zu schreiben ist, um das korrekt beim Finanzamt auch darzulegen. Hier ist ein kleines Beispiel, ihr seht es hier. Ihr habt hier die Einnahmen, dann haben wir die Ausgaben und die Steuern. Die Einnahmen bzw. die Ausgaben ziehen wir von den Einnahmen ab und das ist das, was uns am Ende als Gewinn bleibt. Da können zum Beispiel irgendwelche, hier sind jetzt natürlich Handwerker und so gemeint, aber Bürobedarf kannst du natürlich als Ausgabe abziehen. Du kannst Versandkosten, du kannst die Ebay-Gebühren abziehen, du kannst natürlich auch Verpackungsmaterialien abziehen und vielleicht auch noch Transaktionskosten. Alles das kannst du natürlich berücksichtigen und solltest du auch. Falls du noch kein Rechnungstool nutzt, was dir genau exakt die ganzen Summen überträgt und wo du dann einfach eine Rechnung generieren kannst für dich und für deine Bedürfnisse, schau dir gerne das Video oben in der Infobox an oder unten in der Videobeschreibung. Kommen wir dann direkt zu der nächsten Frage und die ist auch relativ ähnlich gestellt. Und zwar fragt hier ein Zuschauer, was ist allerdings, wenn ich selbst etwas produziere? Falle ich dann auch normal unter dieses Gesetz? Also er fragt, es geht ja hier um Einkauf und Verkauf, was ich oftmals in meinen Videos erwähne. Jetzt fragt er, ist seine Frage, wenn er Ware selbst produziert, muss er dann auch sich gewerblich melden? Selbstverständlich musst du das auch. Sobald du eine Absicht hast, gewinnbringend Gewinne zu generieren und Verkäufe zu tätigen, dann solltest du das Ganze natürlich gewerblich tätig machen. Sonst riskierst du hier definitiv eine Abmahnung und natürlich auch eine Strafe. Das ist nämlich Steuerhinterziehung, was du dann machen würdest. Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist der Gewinn im Jahr. Dieser bezieht sich doch dann auch wirklich nur auf den Reingewinn, also nicht meine Materialkosten etc. Meine Materialkosten etc. Angenommen, ich habe 50.000 Euro Umsatz, brauche 26.000 Euro für Material, dann habe ich ja nach wie vor nur 24.000 Euro Gewinn. Richtig? Ganz genau. Du hast 24.000 Euro Gewinn und nur auf den Gewinn zahlst du die Steuer. 26.000 Euro Material, da könntest du natürlich auch viele andere Sachen ansetzen. Darüber habe ich mal ein Video gemacht, steuerliche Dinge, die du beachten kannst in deinem Unternehmen, die du auch als Ausgabe ansetzen könntest. Ich sage könntest, denn auch hier müsstest du dich vorher mit einem Steuerberater beraten, ob das auch für dich anwendbar ist. Das findest du hier oben in der Infobox oder auch unten in der Videobeschreibung dazu ein Video, was noch relativ aktuell ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum kann ich bei Ebay keine Preisvorschläge senden oder Sonderaktionen hinzufügen? Bin gewerblich, habe nur Promoted Listings aktiviert. Okay. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Schau dir gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung dazu an, wie du Preisvorschläge an deine Käufer bei Ebay versenden kannst, um hier den Verkauf anzukurbeln. Hier habe ich ein paar Gründe, warum es vielleicht für dich nicht funktionieren könnte. Und zwar, das sind genau die Aspekte bzw. Bedingungen, die du erfüllen musst, um überhaupt Preisvorschläge versenden zu können. Ihre Preisvorschläge werden an potenzielle Käufer gesendet, die mehrere Bedingungen erfüllen müssen. Zum Beispiel, sie haben für dieses Angebot noch keinen Preisvorschlag von ihnen erhalten. Das heißt, Kunden haben noch keinen Preisvorschlag erhalten, dann könntest du den rein theoretisch einsenden. Sie haben denselben Artikel noch nicht vorher bei ihnen gekauft. Sie beobachten ihren Artikel. Das heißt, in den meisten Fällen ist es sogar so, dass sobald ein Kunde dein Produkt in die Beobachtungsliste gesetzt hat, könntest du ihm einen Preisvorschlag senden. Aber auch weitere Punkte, wie zum Beispiel dieser Artikel, befindet sich seit einiger Zeit in ihrem Warenkorb. Das heißt, wenn ein Kunde das Produkt von dir in den Warenkorb liegen hat, auch dann ist das ein potenzieller Käufer für einen Preisvorschlag. Sie haben ihr Angebot mehrmals angesehen. Auch wichtig, es gibt keine Einschränkungen für ihr Ebay-Konto. Damit ist sowohl dein Konto als auch das Konto von dem Käufer gemeint. So, wie kannst du nun Preisvorschläge senden? Und zwar habe ich hier dann eben im Verkäufercockpit dir das Ganze einmal zu zeigen. Du gehst unter Angebote, dann gehst du unter aktive Angebote. Und hier solltest du dann direkt diesen Button sehen, Preisvorschläge senden. Und hier siehst du auch in Klammern eingehakt, wie viele Preisvorschläge in Frage kommen könnten. Sehr interessant. Wie gesagt, schau dir dazu das Video an. Ist sehr umfangreich und erklärt. Kommen wir zu der letzten Frage, aber auch sehr interessanten Frage und allgemeinen Frage. Wie viel Zeit investierst du pro Tag im Durchschnitt in deine Online-Shops? Vielleicht interessant für alle die, die gerade so starten möchten. Und ich kann euch pauschal jetzt erstmal sagen, am Anfang wirst du sehr viel Zeit in dein Online-Handel oder deinen Online-Shop, den du dir gerne aufbauen möchtest, investieren. Denn besonders am Anfang bedarf es auch sehr viel Zeit, um sich auch Dinge anzueignen, Dinge herauszufinden, beziehungsweise auch Dinge aufzubauen. Das bedeutet, du musst viel mit viel Zeit Investitionen rechnen, um hier wirklich effektiv dich zu positionieren. Irgendwann flacht das Ganze ein bisschen ab, dann wirst du ein bisschen weniger Arbeit haben tatsächlich, aber es kommt immer darauf an, wie viel willst du mehr. Und wenn du viel willst, musst du natürlich besonders viel arbeiten, aber du hast immer die Möglichkeit, deine Arbeiten, die automatisiert laufen, auch an Mitarbeiter oder anderweitig abzugeben. Du kannst das Ganze bei Amazon oder auch schon Ebay über die Fulfillment-Programme machen, sodass der Versand komplett gemanagt wird von anderen Mitarbeitern. Aber du kannst natürlich auch solche Sachen wie die Kundenkommunikation, Reklamationen und so weiter auch an andere Mitarbeiter abgeben. Kurz jetzt zu der Frage noch. In meinem Fall arbeite ich immer noch viel mehr, als der ein oder andere denken könnte. Und zwar investiere ich pro Tag circa vier bis fünf Stunden Arbeit in meinen Online-Handel. Und damit bin ich am Ende meines Videos. Falls du jetzt eine Frage hast, gerne die Kommentarfunktion dafür nutzen. Und vielleicht ist deine Frage die nächste Frage in einem Frage-Antwort-Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls das Video geholfen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Ansonsten Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.